Ich war da schon vorher, aber er hat sich alles selber machen müssen. Wo ist er denn eigentlich? Da ist er! Stefan, komm her zu uns! Papa und Sohn! Wenn ihr jetzt beide nach Hause kommt, wer hat jetzt dann mehr zu erzählen von euch zwei? Ja, bei mir ist meistens die Freundin im März und man hat es hören, wie... Wir sind jetzt live im Internet, also es könnte sein, dass sie es hört, wenn sie jetzt nicht da unten steht. Also insofern, ja! Man muss sagen, auch für dich ein Ja, das unglaublich war, oder? Wir haben ja auch in Katar gemeinsam auch beim Trainingslager, wenn ich mich erinnere, und ich kann auch sagen, wir waren ja ganz dicht dran. Es war nichts gespielt, es war nichts von wegen, ja, die Mannschaft hält die wirklich zusammen. Es war alles echt. Diese Mannschaft ist einfach eine Mannschaft, wo jeder für jeden einsteht. Das kann man doch so sagen, oder? Ja, absolut. Wir haben einen unglaublichen Teamgeist, einen Teamspirit in der Mannschaft. Und es macht jeden Tag Spaß, auf den Trainingsplatz zu gehen. Jeder muss sich weiterentwickeln. Und wir arbeiten fort dran, dass wir uns weiterentwickeln und den Fußballspieler spielen. Alles klar, ich wünsche euch noch eine super Party! Euch wünsche ich auch eine super Party! Und jetzt! Puls!